Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich Nacht und für alle, die es noch werden möchten, im Zeitaltern von Imperien. Da, 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 wir sind wieder da, mit einem neuen Spiel, ich hoffe, das wird euch nicht zu viel. Das war schön. Ziemlich. Bin stolz auf mich. Wir haben uns wieder mal bei den altfadrischen Sachen umgesehen. Ich bin richtig, richtig happy, dass wir das zum Laufen gebracht haben. Das gute, gute Age of Empires, und zwar so, wie Gott es geschaffen hat. Die Definite Edition mit so Sachen wie Button für untätige Dorfbewohner in allen Ehren. Aber nicht bei uns. Bei uns gibt es den alten, den guten Stoff. Wir spülen Age of Empires, und zwar so, wie Gott es geschaffen hat. Nackt. Oder zumindest gewollt hat, im Jahr des Herrn 1997. Und nackt. Soll heißen, wenn das ein Mensch war, dann dürftet man jetzt bei den Amerikanern sogar schon Alkohol trinken. Ist doch auch was. Dann war er da nackt. Wir spielen die Kampagnen und nennen uns mal, laut gefunden haben wir bei Stronghold Legends geheißen. Jetzt nennen wir uns irgendwie, was weiß ich. Empire gefunden. Wirklich? Okay, gut. Bitte. Empire off gefunden. Empire, ja, 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 richtig, richtig, richtig. Das geht, das ist, da steckt ein Kompott. Empire off gefunden. Nein, das drehen wir einfach um. Off Empire, danke, Empire. Gefundenes Empire. Um Gottes willen. Wieder ums E oder ums N. Ja, war nett, dann schreibst du es zusammen und mach. Ja, 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 ich schreib es zusammen, richtig. So machen wir das da auch. Und nochmal generell zu, oder generell, was heißt da mal überhaupt zu dem, wie wir uns das jetzt gedacht haben. Wie spielen wir das? Am Computer. Wir werden die vier Kampagnen aus extrege Playlists machen. Sprich, und fangen natürlich an mit dem Aufstieg Ägyptens. Auf dem Aufstieg Ägyptens. Wir spielen das auf Mittel. Age of Empires ist ja nur ein Spiel, wenn du da extrem schwierig einstellst, dann ist das auch extrem schwierig. Das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Wobei, da muss man dazu sagen, dass generell so ziemlich die alten Spüle auch auf Mittel oder auf die vorgegebenen Schwierigkeitsgrade einen deutlich höheren Schwierigkeitsgrad gehabt haben. Das kann man in aller, das außer Tag soll es, aber das interessiert bei uns eh keinen. Ja, man hat sich einfach nur, nicht wir waren gedeppert und haben es nicht geschafft, die Spüle waren Ärger. Richtig. Passt, die haben wir nichts gehabt in der Nachkriegszeit. Genau, das Spiel ist so, das hat doch nicht einmal einen Erzähler. Da sind es die Wügel. Ich möchte da auch wohnen. Bitte, wie schön ist denn das? Wie schön. Es wäre so viel leichter. Oder später. Ja, Cinematic, fangt alles an. Damals. Magst du? Nein, ich überlasse dir, aber wir können uns abwechseln. Okay, dann fange ich mal an. Mit der ersten Hälfte. Die Jagd 8000 vor Christus. Szenario Anweisungen. Die Eiszeit ist vorbei. Pflanzen und Tiere sind dank des wärmeren Klimas im Überfluss vorhanden. Obwohl die technologischen Fertigkeiten ihres Stammes primitiv sind, sind sie ein ausgezeichneter Jäger. Schau mir. Errichten sie auf der Insel des Niedeltas ein kleines Dorf und vergrößern sie ihren Stamm auf sieben Mitglieder. Diese ganzen Anweisungen da sind alles eigentlich Tutorial-Geschichten. Die lesen wir uns jetzt nicht durch. Aber die Geschichte wird jetzt nicht unbedingt. Die Hinweise sind sowieso gaga. Von daher reiten wir los. Das heißt jetzt aber schön gesagt. Und die alte Musik. Die alte Musik. Dazu muss man sagen, das Spiel haben wir beide in unserer Kindzeit eigentlich gern gespielt. Was ich aber so abschätzen würde, ist du ein bisschen öfters als ich. Also für mich persönlich ist Age of Empires der Startpunkt der Beschäftigung mit Computerspielen oder eigentlich der Startpunkt der Beschäftigung mit Computern überhaupt. Weil mein Dad das damals besorgt hat. Also sein Vater, nur dass das jetzt auch jeder verstanden hat. Genau, dass Anglizismus nicht so schwierig ist. Der nicht mit Fremdwörtern auch mal dumm haust. Meine Mom will das auch nicht. Und genau, ich habe das als Kind gespürt mit... Drei Tag? Genau, ich wollte auf drei Tage, ganz richtig. Nein, ich war sicher jünger als zehn, auf jeden Fall. Das war sicher noch zu Volksschulszeiten, wie es in diesem Land heißt. Nicht Grundschule, sondern Volksschule. Und der Volksschule war immer, ja. Ich habe das über die Jahre dann immer wieder gespürt. Und war dann ein ziemlicher Cheat-Junkie. Da kommen schon wieder die Fremdwörter. Und ich kann die grundlegenden Cheats auch jetzt noch auswendig. Ich weiß sogar von manchen Missionen, wie die Korten ausschaut. Weil es ja ein Cheat gibt, zum Karte aufdecken und zum Nebel des Krieges verschwinden müssen. Und genau, diese schönen Erlebnisse haben sich alle eingebrannt. Sprich, bei ein paar Missionen, die kommen, werde die Korten halbwegs auswendig im Kopf haben. Das passt so, als würde man bescheißen. Aber irgendwie, wenn man es jetzt noch merkt, dann... Warum bescheißen? Das hat ja damit nichts zu tun. Also im Sinne von Cheats verwenden. Du, passt mal ein Häuschen. Wir brauchen es für die Bevölkerung. Wachset und vermehret euch. Genau, aber nur mit Kazellenfleisch. Also ihr seht das gerade nicht, ja. Aber euer Doc und euer Rock, die gehen gerade allein nicht nur mit den Köpfen extremst ab. Es ist spitze. Seit die Computern dann mit Windows 7 und Windows 8 und so weiter nicht mehr so tolerant sind für gewisse ältere Jahrgänge, habe ich das eigentlich nicht mehr mehr gespielt. Und dementsprechend bin ich umso mehr happy, dass wir das jetzt als LP angehen können. Und der Anfang ist jetzt so wunderbar beschaulich. Ein paar Stahner, ein paar Fälle, was auch immer das da sind. Ein paar bobene Knochen, einfach ein paar Elefantenknochen. Umweltsverschmutzung, 8000 vor Christus. Mich hat jetzt gerade ganz was anderes schockiert. Was denn? Gebogene Knochen. Ich habe mir gerade gedacht, dass das blöd klingt. Das ist nicht EU-konform, das geht nicht. Knochen haben gerade zu sein, so wie die Gurken. Die müssen, auch die Bananen, ja. Wie können Bananen eine Krümmung haben? Das geht ja nicht. Du weißt ja, du weißt ja, wenn du gerade vor sowas... Ja, ich weiß eins, dass in jedem Supermarkt in der EU die Bananentaste, Taste Nummer 1 ist. Wenn wir sonst nichts zusammenbringen in der EU, auf das haben wir sich geeinigt. Das finde ich cool. Wollten wir da nicht nicht politisch werden? Das können wir dann aus Video-Titel nehmen. EU-Diskussion. Nein. Okay, der rennt wieder davon. Weißt du, für was EU steht? Erwerbsloser Unterhalt. Ist der Witz nicht alt? Der ist uralt. Eben. Oder Eintritt unter Welt. Das geht auch. Bitte hör auf politisch zu werden. Ich bin nicht politisch. Ich mache nur Witze über das. Nein, ein bisschen Spaß sollte schon erlaubt sein. Wir befinden uns im Jahr 2018. Wir sind alle erwachsen. Und fähig. Punkt, Punkt. Wir sind alle erwachsen. Und fähig. Genau, wir sind fähig. Richtig. Ein Dorfzentrum. Gibt es. Da sollte man eigentlich aber für die Jugend auch noch was tun. Bei mir ein Jugendzentrum für die Jugend, wo sie Aktivitäten nachgehen können, wie Tischfußball. Billard. Billard. Billard haben wir gespielt. Oder Tischtennis. Oder Federball. Oder Federball. Federball ist cool. Federball ist richtig. Fancy. Fancy. Stell dir das vor, wie die die umeinander rennen und das Gazellenfleisch einmal dumm tragen. Damals wäre es noch so viel leichter. Du darfst da mal ein bisschen in der Gegend herumlaufen. Ein bisschen die Karte entdecken. Also die Map entdecken, so die Karte aufdecken. Sie ist eh nicht sehr groß, die Map. Nein, aber trotzdem. Gibt es da nicht irgendwo noch einen großen Starrhaufen? Oder der Däscher mit ein. Das ist jetzt ein großer Starrhaufen. Ah, meinst du das Ressourcer jetzt? Ja. War das nicht klar am Auffang? Obwohl du im Prinzip jetzt dann noch nicht wirklich damit was auffangen kannst. Aber da war doch irgendwo dann Däscher mit ein. Aber es war auch mein erstes Strategiespiel. Ein einziges Strategiespiel? Nein, nicht mein einziges. Ich habe dann noch die Siedler 2 gespielt. Ja, die Siedler 2 gespielt. Da kommt der Krokodil. Dann, was ich wirklich relativ oft gesuchtet habe. Aber da war ich schon 14, 15. Lords of Everquest. Das hast du mal in einer Lettonsaufnahme schon erwähnt. Das ist relativ unbekannt. Finde ich zu Unrecht. Das hat es damals beim Libro einmal... Du hast nicht genug Nahrung. Das hat es beim Libro einmal, glaube ich, um 4 oder 5 Euro gegeben. Und ich habe mir gedacht, ja, schaust du das einmal an. Und ja, also das war ein halbes Jahr lang, hat das wirklich meine Schulnoten beeinträchtigt. Ich meine, ich habe es danach nie wieder gegeben. Ich habe sieben Jahre WoW gespielt, ich weiß vielleicht sicher. Aber das hat ein halbes Jahr lang meine schulischen Leistungen beeinträchtigt, weil ich habe Lords of Everquest gespielt. Und das hat man online spielen können gegen andere. Das war so ziemlich auch das erste Spiel, was ich online gespielt habe. Und dann, ja, dann irgendwann ist er, ich glaube ein Jahr später, habe ich auf einer Datei einer unbekannten Herkunft, sagen wir es einfach einmal so. Ja, dann ist es angegangen. Warcraft 3. Und Warcraft 3, der Frozen Throne. Frozen Throne? Frozen Throne. Wir können in Englisch, wir waren ganz anders in der Folge. Nein, Arter, bist du deppert. Das war, das war auch nochmal richtig. Das war richtig fancy. Richtig fancy. Aber ich habe nicht gerade eine Strategie spiel, was ich, ja, es hat sicher noch ein paar gegeben. Geschichtlicher Ausgang. Die Jagd entlang des Nils war stets erfolgreich und die Einwohner der Region lebten gut. Die Bevölkerungsdichte nahm zu und die Menschen erlebten einen Aufschwung. Der kleine ägyptische Stamm hatte seine erste Hürde auf dem Weg zu einem mächtigen Königreich überwunden. Cool, das heißt, wir haben jetzt die Hürde, das heißt, wir haben jetzt seine erste Hürde auf dem Weg zu einem mächtigen Königreich überhürdet, indem wir ein Dorfzentrum gebaut haben und ein paar Gazellen getötet haben für was zum Havern und ein Krokodil niedergestochen haben. Richtig. So werden große, äh, äh, reiche geboren. Nein, nein, nicht reich, ich würde, äh, nein, so werden große Epochen eingeleitet, so. Man muss immer klarfahren. Gut, wir haben die erste Tutorial-Mission, also von Tutorial steht ja nichts da, aber es ist mehr oder weniger Tutorial-Sektion, Kampagne. Damit man weiß, wie man Krokodile killt und wie man Gazellen hauvert und wie man Dorfzentrum hat. Richtig. Und genau da machen wir an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Und das war wieder recht, alle Geschichten. Und insofern wünschen wir euch und uns einen wunderbaren Sommer, da kommen großartige Zeiten auf uns zu. Und deshalb verabschieden wir uns nun an dieser Stelle von euch schweren Herzens, aber in Liebe. Grüß euch. Und Tüdelü. Wird's content. Einwistens. Vird's Pork. Vird's Garden. Vird's. Und Tüdelü. Vird's. Vird's. Wird's. Vird's.